Hallöchen Freunde und herzlich willkommen hier zurück zur SoulSilver Edition. Wie versprochen habe ich alle Arenaleiter angerufen und dann habe ich uns direkt mal hier nach Mahagonia City geflogen, wo es noch einen Kraxlerort gab. Aha, aha Leute, mhm, aber ich glaube das hat mit dem Kesselberg zu tun. Und der Kesselberg, der ist ja sowieso... Genau, da musst du dich von oben nach unten... Ich gucke hier sicherheitshalber nochmal auf die andere Seite, aber ich meine, das müsste eigentlich alles mit dem Kesselberg zu tun haben. Ja, hier gibt es auch nichts. Ne, dann vergesst, was ich gesagt habe, um den Kesselberg kümmern wir uns ja jetzt. Das ist der Plan. Unten waren wir, glaube ich, schon, ne? Da gab es nicht mehr viel für uns zu holen. Ich mache gleich nochmal eine Stippvisite sicherheitshalber, aber vorher wollen wir ja eigentlich hier hinten das große Geheimnis des Kesselbergs erkunden. Und deswegen schwingen wir uns auf Osram den Wasserfall nach oben. Und dann werden wir mal sehen, was wir so alles Feines finden können, ne? Ich meine, die gewieften Pokémon-Spieler oder die, die bei mir Goldene Edition gesehen haben, die wissen schon, was es hier gibt. Damals haben wir hier unser letztes Teammitglied bekommen. Aber heute wird das Ganze ja ein bisschen anders laufen. Wer bist du denn? Ach, bist du Randalf? Yo, Urban! Ich bin nicht Urban, aber du bist 100 pro Randalf, oder? Ja, Randalf, ich kenne dich doch. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Ja, ich habe deswegen auch extra das Picacho aus unserem Team rausgeschmissen. Deshalb auch unbedingt den Top-Schutz, damit ich ja nicht verleitert werde, hier irgendwas aus Versehen zu fangen. Und dann geht das hier quasi ganz von alleine. Ach, du Schreck! Du bist ja ganz jemand anderes! Ja, bin ich. Ich bin nicht Urban. So, der Schutz wirkt nicht mehr, dann schmeiße ich direkt mal 9 an. Wir haben jetzt wieder 78 Stück sind es noch. Also das sollte sicherlich ein Weilchen reichen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich hier am besten mich betun soll, um alles mitzunehmen, aber auch um möglichst gut voranzukommen. Also das hier sieht schon mal gut aus, der Top-Trank. Der Top-Trank sieht schon mal sehr gut aus. Die Frage, die es mir jetzt stellt ist, sollte ich hier lang, sollte ich erstmal nach links bei Randalf lang gucken? Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Ich benutze hier oben auch extra wieder kein Item-Radar. Das ist mir ein bisschen zu doof, mir hier jetzt alles anzugucken. Aber ich glaube, das hier ist auch nur ein Rückweg, ne? Da ist jetzt, glaube ich, nur ein Rückweg. Ne, guck mal, doch nicht nur ein Rückweg. Gut, dass ich geguckt habe. War sogar ein Sonderbonbon. Hallöchen, mein Freund. Ja, dich nehme ich sehr gerne mit. Da mag kein Vertun. So, nun aber wieder zurück. Mach's gut, Randalf. Immer diese Zauberer hier, die gegen die Balrogs kämpfen. So, dann einmal hier nach oben. So soll es sein. So muss es geschehen. Und noch weiter. Ach, ich hasse den Kesselberg. Surfen, nicht surfen, surfen, nicht surfen. Der Kesselberg ist einfach nur nervtötend. Und ich glaube, der Kesselberg ist wirklich mein undiebster Berg, so in den gesamten Pokémon-Editionen. Man muss ihn zwar nicht machen, er ist ja komplett optional, was ihn dann schon wieder gar nicht so kacke macht. Aber ich weiß nicht, der Kesselberg ist einfach nicht mein Fall. Er geht mir dafür zu sehr auf den Sack, als dass ich ihn mögen könnte. So, dann einmal hier nach unten. Damit wir den Aeroas bekommen. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre schon die Drachenschuppe, aber... Ne, Drachenhaut, nicht Drachenschuppe. Wir wollen trotzdem weiter. Trotz Aeroas, das wir auch niemandem beibringen werden. Ich kann ja Kurosu wieder Aeroas beibringen und stattdessen viel Ender vergessen. Das wäre sicherlich eine gute Idee. Da ist noch niemand drauf gekommen, Aeroas in die obere rechte Ecke des Movepools von unserem Kurosu zu setzen. So, hier ein Fluchtseil. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja Schaufler mit dabei, aber besser als nichts zu haben. Und wir haben es ja, glaube ich, auch gleich geschafft, raus aus diesen ewigen Pfützen. Den Kesselberg finde ich auch nicht. Äh, den Kesselberg. Ja, der Kesselberg ist mein Unliebstes, aber den Kesselberg finde ich auch nicht geil. Nein, den Kraterberg finde ich auch nicht geil. Also irgendwie die Berge der vierten Generation haben es mir nicht so angetan. Ich finde den Kesselberg in normal Gold und Silber nicht halb so schlimm wie den hier. Da ist zwar auch die ganze Zeit surfen, nicht surfen, surfen, nicht surfen. Aber irgendwie, gerade weil man hier die normale Kesselberg-Gegende schon mal hauptsächlich nur mit Kraxel erkunden muss. Und deswegen erst so spät wiederkommen kann, um dieses optionale Ding hier richtig zu machen. Ich glaube, das ist mir dann noch so ein besonderer Dorn im Auge. So, hier geht es nicht weiter. Ich schwimme mich mal aufs Rad. Das bringt uns alles nichts. Ich wette, hier liegen einige versteckte Items drauf. Aber wie gesagt, die sind mir erstmal wurscht. So, hier geht es nicht weiter. Dann müssen wir hier unten einmal entlang. Ne, da gibt es auch nichts. Wo ist denn unser... Ne, da geht es nur runter. Das will ich noch nicht. Eine Eisenkugel. Mhm. Ein Schutz, der nicht mehr wirkt. Auch schön. Ja, also das wäre jetzt, glaube ich, Selbstmord, wenn ich da runtergefahren wäre. Dann müsste ich nämlich wahrscheinlich den ganzen Weg nochmal zurücklegen. Im Gegensatz dazu, hier jetzt einfach mal ganz kurz runterzugehen. So, damit ich die letzten paar Gegenden auch noch abklappern kann. Ein Toppe-Leber haben wir. Und hier haben wir einen verschwundenen Schwarzgurt. Da haben wir nichts. Okay. Gut, ist in Ordnung. Alter, ich bin der Karate-Meister. Ich trainiere hier ganz allein in dieser düsteren Höhle. So bin ich eben. In Ordnung. Hergehört. Ich will, dass du gegen mich kämpfst. Harg. Ja, dann kämpfen wir halt gegen dich. Ist mir recht live. Ist mir sehr recht. Du kannst dich sowieso nicht gegen uns behaupten mit deinen zwei Pokémon hier. Und daran sieht man einfach, dass wir schon wesentlich früher hierher kommen hätten können. Ähm. Ja. Kikli Level 34. Nocturne Level 34. Hm. Letzte Mal haben wir es ja auch vor der Pokéliga gemacht. Damit wir da das letzte Pokémon noch mitnehmen können. Damit das Team vollständig ist. Und ich muss sagen, es hat uns ja wirklich an vielen... Äh. Naja, vielen nicht. Aber in manchen Situationen wirklich gut geholfen damals. Aber... Sei es drum. Ja, ich wurde besiegt. Hier wird es leider auf der Box rumgammeln. Das ist doch nicht möglich. Wie lange soll ich denn noch trainieren? Ich sage es nur ungern, aber ich habe verloren. Ich gebe mich geschlagen. Herr gehört. Als Beweis für deinen Sieg will ich dir dieses kostbare Kampf-Pokémon überreichen. Das Rabauz. Genau, damals. Spitzname Josef. Ach, das waren schöne Zeiten. Rabauz ist ein Pokémon von Typ Kampf. Zieht man es auf, entwickelt er sich angeblich zu einem mächtigen Pokémon. Also Herr gehört. String dich an. Ich sitze jetzt auch mit Training fort. Hau rein. Ja, ich hau rein. Mach's gut, Karate-Meister. So. Und hier standen wir schon einmal davor. Der Fels, den man nur in die eine Richtung schieben kann. Weil in der anderen Richtung alles blockiert wird. So. Nun haben wir diesen Part des Kesselberges erfolgreich erkundet. Wir haben das Rabauz dabei. Das würde ich mir trotzdem gerne einmal angucken. Wie sieht's denn so aus? Mäßig. Okay, schlechter Angriff. Das wird wohl oder übel ein Nocchan werden, wenn man das nicht anpasst. Mit ein bisschen Protein und so einem Kram. So. Und jetzt sind wir wieder im normalen Gefilde des Kraterbergs. Und wir können mal gucken, was es hier so allerlei feine Sachen gibt. Ne? Hier nach oben. Lass mich in Ruhe. Ich hab gerade der Berg gesagt, ne? Nicht Kesselberg. Ist mir egal. Wir sind jedenfalls in diesem nervigen Berg. Hier geht's jetzt wieder nach unten. Ist das nur eine Abkürzung? Oder folge ich hier tatsächlich den Spuren irgendeines seltenen Items? Was? Ein Schützer. Na, okay. Ja, gut. Und ein Sonderbalkon. Schick. Also, das hat sich schon gelohnt, würde ich meinen. Das hat sich schon gelohnt. So. Okay. Selbstverständlich muss ich mich trotzdem hier noch ein Weilchen weiter umgucken. Ja. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir, glaube ich, auch nur Urban. Ja, hi Urban. Da kommen wir auch nur zurück. Das war doch noch nicht alles. Ja, wusste ich doch. Hier geht's noch weiter. Den oberen Kraxler haben wir ja gerade eben schon genutzt. Dann holen wir uns einen Lahmrauch. Okay, der nächste Rauch. Von mir aus. Da haben wir nichts drin. Das wäre auch ein bisschen zu offensichtlich, ein Item neben einem Item zu verstecken. Ein Nugget. Okay. Why not? Noch was? Außer einen ausgelaufenen Schutz. Ich muss gleich erstmal speichern. Okay. Kesselberg. Kesselberg. Da geht's nach unten und nach draußen. Ah, guck mal. Wir sind jetzt hier oben. Also kommen wir jetzt hier wieder richtig raus. Und kommen hier zu dem versteckten Item. Okay. Dann haben wir das auch gesehen. Eine Dubiosk-Disk. Okay. Porygon-Z. Also ihr seht, Kraxler ist unerlässlich, wenn man den Pokédex hier vollkriegen möchte. Einerseits kriegt man hier die ganzen Entwicklungs-Items. Andererseits kriegt man sehr viele von den Rauch-Sachen. Warum gehe ich ins Inventar? Ich wollte eigentlich speichern. Ja. Andererseits findet man die ganzen Rauchs, die man für die Baby-Pokémon braucht, damit man sich die züchten kann. Also es führt kein Weg dran vorbei, wenn man den Beutel vollkriegt, dass man irgendwie hinkriegt... ...ääh, wenn man den Pokédex vollkriegen will, dass man es irgendwie hinkriegt, sich an diese ganzen Kraxler-Sachen zu erinnern. So, da geht es ganz normal raus. Das wissen wir ja schon, dass das hier einfach nur der rechte Eingang ist. Was anderes gibt es hier auch, glaube ich, nicht mehr, ne? Da haben wir uns gerade durchgebuddelt. Hier oben können wir nochmal schauen. Auf der oberen Etage. Aber ich glaube, es gibt hier nichts. Nee, also hier gibt es jedenfalls nichts. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, dann schmeißen wir direkt noch einen an. So sollte es sein. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Da waren wir ja gerade eben. Hier können wir nochmal nach oben fahren. Aber hier gibt es auch nichts, ne? Nee, hier gibt es auch nichts. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz in die Mitte des Kesselbergs, wenn ich hier noch... Ja, nochmal nach links geguckt habe. So. Hier drüben gibt es auch nichts, wo wir noch hochkraxeln können, ne? Nee, alles supi. Na, dann gucke ich jetzt nochmal in die Mitte und gehe nochmal nach unten, um zu schauen, ob es da noch irgendwas gibt. Da wären wir ja hingekommen, wenn wir den Stein weggeschoben hätten. Da kommt man ja im Endeffekt lang. So. Dann einmal hier nach unten. Oh, stimmt. Einen Kampf haben wir noch, den ich bisher vergessen habe zu erwähnen. Der gehört noch mit dazu. Ey, ich habe es, glaube ich, einmal schon gesagt, aber... Spielt nicht wirklich so eine große Rolle. Aber ich darf den nicht vergessen, dass wir den noch nicht gemacht haben. Und der findet ja auch nur an bestimmten Tagen statt und ich weiß nicht, an welchen Tagen. Also da oben bei der Stein, falls ihr ihn gerade vorbeihuschend sehen habt. Ich gucke hier unten sicherheitshalber nochmal nach, aber hier hinten, glaube ich, auch nur ein Item, ne? Ja, dann werde ich mich gleich rausbuddeln. Und... Ah, hier war nur ein Item. Alles klar. Dann, Cole, bitte einmal Schaufler. Vielen Dank. Und der Kesselberg ist damit auch gecleared, auch wenn sich das Spiel gerade aufgegangen hat. Ist jetzt halb so schlimm. Ich werde den letzten Rest einmal selbst noch tun. Es war ja... Theoretisch kann ich es eigentlich sein lassen. Wenn ich die Dubios Disc habe, kann ich ja hier wegfliegen. Wir haben ja danach nichts mehr eingesammelt. Ähm... Ja, ich werde jetzt einmal gucken, an welchem Tag dieser eine Bonuskampf noch stattfindet. Damit ich den nicht vergesse. Und... Ja, dann werden wir uns da gleich wiedersehen. So, da bin ich auch schon wieder. Wir haben jetzt plötzlich Mittwoch. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und befinden uns hier in der Pokerliga. Denn wenn man an Montagen und Mittwoch... Äh, und Mittwochen? Versucht zur Pokerliga zu gehen, kommt jemand Bestimmtes. Moment noch! Hast du vor, sie jetzt gleich mit der Pokerliga aufzunehmen? Ich will ja nichts sagen, aber damit lasse ich dich nicht durchkommen. Denn meine Pokémon sind inzwischen so stark geworden, dass du sie kaum wiedererkennen wirst. Dieses Mal werden sie dich ganz sicher besiegen. Und zwar jetzt! Auf der Stille! Los, lass uns kämpfen! Kein Problem, Detlef! Das machen wir sehr gerne! Genau, das ist der kleine Bonuskampf. Wir haben ihn ja vom... Scheiße! Es geht mit Snebel los? Das habe ich beim letzten Mal mir schon gedacht, ne? Dieser Fuck-Moment. Ähm... Wir switchen einfach mal auf Kurosu. Smeraldo ist da, glaube ich, die schlechteste Variante, die wir hätten treffen können. Kurosu ist da doch schon ein bisschen besser. Mit seiner vierfachen Stärke gegen Snebel. Einmal bitte Durchbruch. Selbstverständlich ist Snebel ein bisschen schneller. Aber weder mit den Unlicht- noch mit den Volltreffer-Geist-Attacken sollte das hier gut vorankommen. Mach's gut, Snebel! Den Vierfach-Treffer wirst du auf keinen Fall überstehen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das kein Snebunner ist. Das Snebel hier das einzige Pokémon ist, was er nicht entwickelt hat. Ja gut, aber auf der anderen Seite. Jetzt kommt das X-Platz, mit dem ich eigentlich an der ersten Stelle gerechnet habe. Verdammt. Los, Meraldo! Jetzt bist du dran. Ja, aber vielleicht liegt es nur daran, dass Snebunner ja an sich ein Viert-Gen-Pokémon ist. Und sich gedacht wurde, Mensch, bleiben wir doch einfach bei Zweit-Gen-Pokémon. Was die Entwicklungen angeht, ist vielleicht ein bisschen realistischer. Du hast überlebt? Was bist denn du für einer? Ja, jetzt kommt die Top-Genesung. Weil das ist ein Toxin gewesen, ne? Also eine schwere Vergiftung. Ich habe gerade nicht so richtig aufgepasst. Weil ich dachte, okay, die Psychokinese macht das eh. Ja, aber Pustekuchen. Die Psychokinese macht das eben nicht. Aber die Psychokinese macht das. Keine Ahnung, warum die jetzt stärker war. Die Spezialverteidigung wurde eigentlich nicht gesenkt. Ja. Sei es drum. So, wie schaut es weiter aus? Magneton. Dann wollen wir doch mal zu Cole rufen. Ne, mein kleiner Freund. Du bist nämlich dran. So, und Flammenwurf. Machen wir ganz kurz und knapp und entspannt. Ne, Magneton. Sag ich doch. Musst einfach mal auf mich hören. So, wie geht es weiter? Impergator. Natürlich. Wer sollte gegen Impergator denn kommen, wenn nicht Osram? Unser kleiner Krieger. Hallöchen, Impergator. Äh, schon mal von Ladungsstoß gehört? Ich glaube schon. Ich würde zwar sicherlich wieder nicht alles abziehen. Aber, ja, die Hälfte, die reicht mir. Und Paralyse, das ist auch gut. Ich glaube, das ist nicht ganz die Hälfte. Ich mache eine Kaskade zur Überbrückung, damit der zweite Ladungsstoß auf jeden Fall das Vieh umklatscht. Und... Ah, es setzt trotzdem was ein. Ich habe gehofft, dass entweder Kaskades zurückschrecken lässt oder dass, äh, dass die Paralyse greift. Und deswegen ist es Kaskade geworden. Ja, und ich befürchte, wenn Ladungsstoß es nicht geschafft hätte, dass dann die zweite Top-Genesung geflogen wäre. Deswegen lieber eine kleine Extra-Runde. Ist ja auch nicht weiter schlimm gelaufen, ne? Da kommt ein Simsala. Und gegen Simsala setzen wir selbstverständlich am besten Bonsai ein. Bonsai! Denn Bonsai hat sich bewährt gegen Simsalars. Äh, ich hoffe einfach mal... Yes! ...dass das Simsala angreifen will. Wunderbar. Weg damit. Oh, Tiefschlag ist eine super Attacke. Da ist nicht mal Step drauf. Ich bin echt stolz auf dich, Bonsai, dass du das so gut schaffst. Äh, ja, wir bleiben bei Bonsai. Aber ich befürchte, da kommt gleich eine Hypnose reingepfeffert. Wurde, sein Pokémon habe ich noch. Nein, es wollte angreifen. Schick. Aber Gengar hat ein bisschen mehr Verteidigung. Ja. Ja, Gengar hat ein bisschen mehr Verteidigung. Das schafft es leider nicht mit dem einen Tiefschlag. Wenn es Step wäre vielleicht, aber nicht mit Bonsai. Du denkst doch nicht wert, weil du hättest schon gewonnen, oder? Äh, eigentlich denke ich das schon. Vor allem, weil ich jetzt gewonnen habe. Tut mir leid für dich. Ciao, Detlef. Upsi. Ich gebe mich geschlagen. Ja, ist vielleicht besser so. Ich dachte, ich konnte dich also immer noch nicht besiegen. Ich muss wohl noch mehr Vertrauen für meine Pokémon aufbringen. Vielleicht ist das ja mein Problem. Aber wie dem auch sei. Es tut mir leid, dass ich dich aufgegriffen habe. Wenn du den Champion herausfordern möchtest, dann vergiss nicht, deine Pokémon vorher fit zu machen. Das war der kleine Bonuskampf. Hallöchen, Schwester Joy. Ja, danke schön, dass du dich um meine Pokémon kümmerst. Ich werde währenddessen die Zeit einmal wieder auf Normal stellen. Dass wir wieder den schönen Samstag haben, der heute eigentlich ist. Mutti ruft selbstverständlich wieder an. Wir kennen die Frau doch nicht anders. So. Damit haben wir den Bonuskampf erledigt. Und das heißt, als nächstes geht es jetzt gegen die ganzen Arena-Leiter nochmal. Die habe ich ja, wie schon am Anfang der Folge erwähnt, alle zu dem Ort gefeuert, wo ich sie haben wollte. Und zwar ist das in Saffronia City. Brr, brr. So. Denn hier gibt es eine leere Arena, weil der Karate-Meister irgendwo hin abspenstig gegangen ist. Und da haben wir die ganzen Arena-Leiter drin stehen. Und was ich sehr cool finde, ist, dass die hier tatsächlich, so wie sie, wie die Map aufgeteilt ist, auf der linken Seite die ganzen Yoto-Arena-Leiter haben und auf der rechten Seite die ganzen Kanto-Arena-Leiter. Das Einzige, was sie, finde ich, noch besser hätten machen können, wenn jetzt beispielsweise Sandra auf dem Platz von Jens gestanden hätte, daneben direkt Norbert, daneben dann Jens, hier drüben irgendwo Jasmin, also dass die noch eins weiter nach drüben rutscht, hier unten Kai, hier so in der Mitte Bianca und hier drüben, na, ungefähr hier so Falk. Einfach, dass die, und Hartwig irgendwo hier unten links, einfach, dass die nicht nur links und rechts, Yoto und Kanto, sondern dass die auch so ein bisschen das Bild widerspiegeln würden, wo sie auf der Map zu finden sind, in welcher Stadt. Wisst ihr, wie ich meine? Das fände ich schon enorm cool. So. Wir legen los. Einen Kampf machen wir heute noch. Das gönnen wir uns einfach, diesen wunderbaren Luxus. Und wir fangen direkt mal mit dem Schwächsten an. Ah, hallo, da bist du ja. Es freut mich sehr, nochmal gegen dich kämpfen zu dürfen. Und mich erst, Falk. Und mich erst. Auch wenn du echt nichts drauf hast, der müsste ungefähr im selben Level wie wir sein. Also. Ja, guck mal, sogar noch einen Tacken schlechter als wir. Also mit Falk sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Ah, ja, Nahkampf. Da war was. An die Attacke habe ich irgendwie nicht gedacht. Tja. Egal. Ich habe gedacht, Bonsai wäre vielleicht ein bisschen besser als Osram, weil Osram bei mehr als, äh, bei mehr Arenaleitern als Bonsai eine gute Chance hat. Aber jetzt hat Bonsai eh schon eine gewaltig in die Fresse bekommen. Und zusätzlich noch den Angriff, das Angriffs-Minus, wodurch es echt sein könnte, dass wir nicht immer die One-Hits hinkriegen. Und da bin ich ein bisschen allergisch gegen. Deswegen switchen wir einfach mal zu Osram. Ähm, außerdem eine Vier-Fach-Schwäche, ja. Das wäre schön doof, wenn wir die nicht ausnutzen würden. Und ihr seht hier, guck mal, das Vieh ist nicht mal Level 50. Also, Falk ist hier auch im Rematch kein ernstzunehmender Gegner mehr. Und, es gibt ein paar, die wirklich knifflig sind. Vor allem, Blau hat, soweit ich das im Kopf habe, sogar Pokémon bis Level 72. Daran werden wir uns richtig schön die Zähne ausbeißen, wenn es soweit ist. Aber, ja, erst wenn es soweit ist, ne. Wir kümmern uns wirklich Schritt für Schritt um jeden Einzelnen nacheinander. Noctu hat das natürlich überlebt, weil er sehr viel Spezialverteidigung hat. Aber so eine Nicht-Step-Attacke, wie Spukball, ist dann doch nicht so effektiv, wie man es gern hätte. He, Falk? Mach's gut, Noctu. Ist trotzdem ein gutes Training für unser ganzes Team. Und deswegen, hier werde ich mich dann, wenn wir mit den Arena-Leitern durch sind, fehlt ja für den Moment Ladevorgang auf Level 57. Ich glaube, es hackt. Ähm, fehlt ja dann auch vorerst nur noch die Liga. Und der finale Kampf. Und deswegen, bevor wir uns der Liga widmen, ihr habt schon gesehen, auf welchem Level die Liga sich ungefähr befinden wird, als wir gegen Siegfried in der Drachenhöhle gekämpft haben. Denn das ist auch das Level, was uns dann in der Liga erwarten wird. Und drei Pokémon geht noch. Sechs Pokémon, schwierig. Und deswegen ist es mir dann wirklich lieber, dass wir wenigstens unsere Pokémon erstmal so auf Level 65 bringen. Dass ich unsere Pokémon auf Level 65 bringe. Bevor wir hier dann irgendwie uns der Liga widmen. Bevor ich dann, ich glaube, nochmal 5 Level trainieren sollte. Ah, vielleicht funktioniert es mit Level 65 auch. Oder ich glaube, ohne Level 68 vielleicht. Für die Liga reicht wahrscheinlich ein Tacken weniger. Aber jetzt wirst du mir den Windauftrieb... Äh, was, ich hab's... Wahrscheinlich ein Abjetzt. Abjetzt wird mir der Windauftrieb verleihen oder so. Aber wenn man nicht richtig lesen kann, ist das halt doof gelaufen. Also ich glaube, für die Liga reicht es ein bisschen schwächer. Aber der Finale kommt es halt. Ei. Der wird uns einiges an Nerven kosten. Das kann ich so sagen. Noch bin ich nicht abgestürzt. Ja, du wirst jetzt erstmal eine Top-Genesung einsetzen. Ich kenn dich doch. Und dann werde ich erstmal nicht treffen, weil du ein Doppelteam gemacht hast. Und dann muss ich gucken, wie ich hier irgendwas anstelle. Oder eigentlich ist die Folge auch schon rum. Ja, ich sag's doch. Ich sag's doch. Ähm, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, müssen wir, müssen wir schauen, wie wir das machen. Ach, ehrlich, es geht noch weiter. Ja, supi. Steiger den Angriff. Hurra. Ja, na klar, ey. Junge. Du bist das letzte Pokémon von dem Typen. Und du bist eigentlich echt nicht besonders stark. Aber trotzdem haben wir keine Chance gegen dich. Ach, okay, ist auch noch ein Volltreffer. Ja, klar. Äh, benutzen wir Cole. Ich erwarte nämlich nicht, mit Steinhagel treffen zu können. Ja, geht natürlich daneben. Es geht weiter mit Doppelteam. Ich bin wenigstens froh, dass das hier nicht so eine Slime-Occation wird, wo sich das Vieh dann immer wieder heilt, wenn man mal nur einmal zwischendurch getroffen hat. Dann würden wir hier... Oder vielleicht ja doch. Vielleicht kann es Ruheort. Doppelteam, Rückkehr. Ich weiß nicht, was das sonst noch so eingesetzt hat. Angeberei? Ja, genau. Vielleicht kann es wirklich Ruheort. Ich will das jetzt nicht beschreien. Das fände ich nämlich echt scheiße. Na, Cole trifft sich eh selber. Scheiße, es kann wirklich Ruheort. Ohohoho. Was soll der Scheiß denn jetzt? Was soll der Scheiß denn jetzt? Also ganz ehrlich. Was ein Abfuck. Wenigstens treffen wir einmal, aber das bringt uns dann auch nicht viel. Wobei, doch, es ist schon im Roten. Das mit Großbrand? Das könnte reichen. Oh Gott sei Dank. Volltreffer. Oh Gott sei Dank. Oh. Oh Gott. Ich... Nerviges Vieh. Na gut, dann werde ich eben heldenhaft zu Boden gleiten. Ja, gleite du. Es ist wohl noch ein weiter Weg bis an die Spitze des Trainerhimmels. Mach's gut, Falk. So, das war der erste von 16 Arenaleitern. Den nächsten werden wir uns selbstverständlich in der nächsten Folge widmen. Mal gucken, ob die Kämpfe genauso scheiße werden wie jetzt der Kampf gegen das Taubos. Ich glaube aber nicht. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde bis zur nächsten Folge ins Poké Center gehen. Und dann schauen wir, dass wir die anderen hier auch noch alle umklatschen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.